Wir sind mal wieder auf Sylt am Meer und das ist Ursula, die wird aber Ursi genannt. Und die zeigt uns jetzt etwas, was man heftig üben muss, nämlich Wellenreiten. Dazu braucht man so ein langes Brett und natürlich Wellen. Und wenn man das richtig kann, dann kann man auf dem Brett solche Schritte machen. Das nennt man Dancen, sagen die Experten. Und Ursi kann das ziemlich gut. Aber was passiert, wenn nun gerade mal keine Wellen sind? Oder was machen die armen Socken, die tief im Land wohnen, wo kein Meer ist? Da ist vor langer Zeit mal jemand auf die Idee gekommen, sich unter so ein langes Brett einfach rollen zu machen. Und damit durch die Gegend zu brettern. Und daraus ist das sogenannte Longboard entstanden. Das ist so eins. Mit dem kann man einfach über die Straße fahren, den man Schwung holt, kann man sich vorwärts bewegen. Und wie so ein Ding gemacht wird, das zeigen wir euch jetzt. Als erstes sieht man ganz viele Schichten dünnes Holz, die nennt man Furnierholz. Und da werden jetzt die verschiedenen Schichten zusammengelegt. Also mehrere Lagen Holz. Und dazu aber dann auch noch einige schwarze Matten. Und wie geht das jetzt? Als erstes wird eine Buchenholzlage genommen. Darauf kommen Baumwollflocken und ein Kleber. Die Baumwollflocken dienen dazu, dass sie sich mit dem Kleber vermischen und dass das, was da drauf geklebt werden soll, eben sicher und gut klebt. Das Ganze wird gleichmäßig über das Brett verteilt. Und darauf könnte man jetzt eine zweite Schicht Holz legen. Aber das wäre nicht so günstig, dann würde sich das Brett nämlich furchtbar durchbiegen. Nicht nur in der Mitte, sondern es würde sich auch der Länge nach furchtbar verdrehen. Das will man nicht, das kann man nicht brauchen und deswegen wird als nächstes nicht ein Holz, sondern so eine dunkle Matte draufgelegt. Das ist coole Faser. Und wenn man sich so eine Matte mal genau anschaut, an der Kante sieht man, dass die Fasern da kreuz und quer liegen. Also 90 Grad verdreht. So eine Matte kommt drauf, dadurch wird das Längsverdrehen ein bisschen weggenommen. Links sieht man, dass es sich verdreht, rechts ist es stabiler. Auf diese Kohlefasermatte kommt jetzt eine Schicht Buchenholz wieder. Auf diese erste Buchenholzschicht eine zweite Buchenholzschicht und darauf eine dritte. Und diese drei Schichten nennt man den Kern von dem Brett. Darauf kommt jetzt wieder so eine schwarze Matte. Auch wieder so eine mit kreuz und quer verdrehten Fasern. Und darauf noch eine schwarze Matte. Die ist aber nun wieder ein bisschen anders. Wenn man sich die mal genau anschaut, dann liegen die Fasern da nicht kreuz und quer, sondern alle parallel nebeneinander in der Längsrichtung. Und diese Matte sorgt dafür, dass sich das Brett in der Mitte nicht so stark durchbiegt. Unten kann man sehen, dass es geholfen hat. Als letztes kommt dann noch eine Schicht aus Nussbaum drauf. Damit das Brett nachher schön aussieht von unten, wenn man es unterm Arm rumschleppt. Wenn alle Schichten zusammen sind, werden die in so eine Kunststofffolie verpackt und kommen dann unter eine Presse. Das muss natürlich alles ganz genau aufeinander liegen. Und dann wird die Presse zugedreht. Und wenn man sich die jetzt mal ganz genau anschaut, dann sieht man, dass die so eine Wellenform hat. Und die soll in das Brett hineingedrückt werden. Und dann wird die Presse zugedreht, solange bis es knack macht. Und dann muss das alles zwölf Stunden in der Presse liegen. Dann haben sich diese Wellen von der Presse auf das Brett übertragen. Und da kann man die Wellen ganz deutlich sehen. Die eine und die andere und die sind ganz wichtig. Damit wenn man später drauf steht, genau ganz sicher in diesen Wellen mit den Füßen stehen kann. Ist das passiert, dann wird die Unterseite mit dem Nussbaumholz, die man nachher sehen soll, abgeschliffen. Dann wird eine Schablone auf das ganze Brett geschraubt. Mit vier Schrauben. Da kommen später übrigens dann die Räder drunter. Und mit dieser Schablone werden erstmal die überstehenden Seiten grob an der Kreissäge abgeschnitten. Und ist das passiert, dann kommt das Ganze unter eine Fräse. Das ist ein drehender Kopf mit ganz vielen scharfen Messern. Und wenn man dann das Brett mit der Schablone drauf, da dran entlang schiebt, dann wird die Form des Bretts ganz genau und sauber, genau nach der Schablone ausgeschnitten. Ist das passiert, dann werden die Kanten nochmal von Hand und auf so einem Schleifband abgeschliffen. Ganz sauber, damit es schön aussieht nachher. Und dann wird die Unterseite mit dem Nussbaumholz eingeölt. Damit wird das Nussbaumholz geschützt und außerdem sieht es dann auch wieder richtig gut aus. Und damit ist das Brett fertig. Und wenn man es sich genau anschaut, dann kann man nochmal die einzelnen Schichten sehen. Da sieht man sie und auch die Schichten mit den Matten. So, aber sicher drauf stehen kann man auf diesem Brett noch nicht. Und deswegen passiert hier noch was. Es wird so eine Folie drauf gearbeitet, die sowas ähnliches ist wie Schmirgelpapier. Die wird am Rand mit so einem Schraubenzieher angezeichnet. Da sieht man es. Und an dieser angezeichneten Kante kann man dann das Überstehende mit so einem Teppichmesser schlicht und ergreifend abschneiden. So, damit ist auch der sichere Stand gewährleistet, aber fahren kann man damit immer noch nicht. Es fehlen noch die sogenannten Achsen. Da gibt es ganz unterschiedliche und ein Unterschied besteht vorne an diesem Knubbel. Der ist mal härter und mal weicher, der dient der Lenkung und damit kann man dann unterschiedlich lenken. Jetzt werden diese Achsen durch die Löcher, durch die eben die Schablone befestigt war, an dem Brett befestigt. Mit vier Schrauben. Dann fehlen noch die Rollen. Auch da gibt es wieder ganz unterschiedliche. Da gibt es zum Beispiel welche, wie die linken hier, die sind härter und haben scharfe Kanten. Die sind dafür wichtig, wenn man sich mit so einem Brett auf der Straße bewegen will und wenn man sich durch dieses Hin- und Herbewegen Schwung holen will. Und mit den scharfen Kanten kann man sich gut abstoßen. Und die anderen Rollen, die rechten, das sind weichere und die haben auch eine runde Kante, die sind dafür da, wenn man mit so einem Brett den Berg runterfahren will. Diese weichen Rollen krallen sich dann nämlich ganz prima in den Asphalt ein. Und diese Rollen nehmen wir jetzt auch für unser Brett. Aber dafür fehlen noch ein paar Kleinteile, zum Beispiel Kugellager. Als erstes zwei Kugellager drauf, dann rechts und links jeweils einen Distanzring, dann nochmal zwei Kugellager, dann die Rollen draufdrücken und alles festschrauben. Und wenn die Schrauben dann festgezogen sind mit so einem Akkuschrauber, dann kann es endlich losgehen. Das ist jetzt unser fertiges Brett. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Formen, zum Beispiel solche. Die sehen anders aus, sind mal kürzer, mal länger. Und mit allen diesen verschiedenen Formen kann man auch unterschiedliche Dinge machen. Zum Beispiel kann man mit so einem Brett durch die Straßen fahren. Habt ihr eben ja schon mal gesehen. Mit diesem Brett, das hat vorne so einen Knubbel, da kann man den Fuß dagegen stellen. Und mit diesem Brett kann man dann zum Beispiel einen Slalomkurs durchfahren. Mit dem Knubbel kann man dann besser lenken. Dieses Brett hier ist besonders lang und damit kann man was ganz anderes machen. Weil es so lang ist, hat man da genügend Platz drauf und da kann man solche Schrittkombinationen machen. Dancen nennen das die Experten. Das ist genau das gleiche, was Ursi auf dem Wellenbrett gemacht hat. Da kann man sehen, dass dieses Longboard eigentlich mit dem Wellenreiten zu tun hat und daherkommt. Man kann mit so einem langen Brett aber auch solche Tricks machen, wenn man es denn kann, klar. Mit unserem Brett kann man aber ganz besonders gut den Berg runterfahren. Und hier kann man sehen, dass man dabei ziemlich schnell wird. Und deswegen ist es sinnvoll, sich einmal einen Helm auf den Kopf zu setzen und dann noch Handschuhe anzuziehen mit solchen dicken Kunststoffplatten drin. Und was die zu bedeuten haben, das sehen wir jetzt gleich, wenn die drei Jungs hier mal den Berg da runterheizen. Downhill fahren nennen das die Experten übrigens. Und da sieht man, die werden ganz schön schnell. Kann man natürlich auch nur auf Straßen machen, die abgesperrt sind, dass einem kein Auto entgegenkommt. Klaro! Und wozu sind jetzt diese dicken Knubbel an den Handschuhen? Wenn man zum Beispiel in eine Kurve fahren will, dann kann man sich auf diesen Kunststoffdingern abstützen, dass man besser durch die Kurve kommt. Da kann man es noch mal sehen. Und wenn man die Jungs jetzt hier so den Berg runterheizen sieht, dann fragt man sich natürlich, wie kann man denn mit so einem Brett bremsen? Kein Problem haben die gesagt. Einfach quer stellen und dann steht man. Das war's. Und so sieht das Brett dann schön von unten aus. Nun stimmt also. Das war's. Das war's.